Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und schau mal Katja, wir haben hier eine Lande- bzw. Startebahn mit unserem ersten kleinen süßen Flugzeug. Nice, da wird keine für einen Olaf fliegen. Ich glaube Katja, hier mit unserem kleinen Loopflugzeug können wir nirgendwo hinfliegen. Das ist winzig, winzig doll klein, aber wir können hier vorne bei unserem Händler das Flugzeug sehr, sehr cool upgraden. Wir können hier zum einen erstmal hier das Snoop-Flugzeug uns holen. Das ist ein bisschen besser als das, was wir haben. Unser jetziges Flugzeug, Katja, ist schlechter als ein Snoop-Flugzeug. Was ist denn da los? Als nächstes hätten wir hier ein kleines Flugzeug, dann ein mittleres Flugzeug, dann ein Bro-Flugzeug, dann ein OP-Flugzeug und als allerletztes haben wir ein Ultra-Flugzeug. Das ist nice. Okay, für alle Flugzeuge brauchen wir Diamanten. Fürs erste Flugzeug brauchen wir einen Diamant, dann 5, dann 30, dann 64, dann 128 Blöcke und dann 64 Blöcke plus das vorherige Flugzeug. Das bedeutet, Katja, als erstes brauchen wir Spitzhacken. Ich gehe mal hier vorne zu den Bäumen hin. Hier haben wir sogar ein Dorf insgesamt. Ich gehe mal zum Dorf hin. Vielleicht haben wir dort direkt schon Eisen. Dann können wir uns vielleicht ein bisschen nach unten buddeln und schon den ersten Diamant uns holen. Wir haben hier nirgendwo eine Schmiede. Ich habe mal ganz ein bisschen hier was zum Essen mit insgesamt. Dankeschön, Dankeschön. Ich schaue mal hier vorne in der Kiste, ob wir hier vielleicht was haben. Und wir haben hier... Wir haben Eisen. Wir haben vier Eisen insgesamt. Oh. Hier haben wir... Nein, hier haben wir kein Eisen. Nein, 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 nein. Okay, das ist sehr gut. Okay, ich baue mal hier ein bisschen Holz ab insgesamt. Dann mache ich mir schon mal eine Eis- und Spitzhacke. Und dann können wir uns nach unten in eine Höhle buddeln. Für den ersten Diamant, für unser erstes, ein kleines Flugzeug insgesamt. Das wird umgecraftet. Crafting-Table habe ich. Dem plötzlich mal hier Stickys werden gemacht. Zack, oh, zack. Und die Spitzhacke habe ich insgesamt. Sehr gut. Okay, da gehe ich mich mal nach unten hinbuddeln, Katja. Und ich hoffe, ich finde da mindestens ein Diamant. Hier unten sind Diamanten. So, das sind drei Stück. Ich glaube, drei Stück habe ich schon. Eins, zwei und drei. Können wir uns damit schon die ersten beiden Flugzeuge holen? Oder nur das erste? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist sehr gut. Ich weiß nicht. Okay, ich komme wieder nach oben. Wo bist du denn? Du bist ganz da unten irgendwo. Da hinten, da unten bist du. Ich habe mir gerade erst mal eine Eisenspitzhacke gemacht. Oh nein, Katja. Okay, warte mal. Ich gehe mal das erste Flugzeug schon holen. Tatsächlich. Das nächste würde fünf kosten. Wir haben drei Stück. Da hätten wir noch insgesamt zwei übrig. Da bräuchten wir noch drei weitere für das nächste Flugzeug. Okay, ich hole das erste Flugzeug. Das ist hier das Noob-Flugzeug. Dankeschön. Und wo ist das denn? Das hier ist unser Noob-Flugzeug. Das ist nur ein bisschen größer. Aber hier geht es nicht runter. Oh, wir haben hier eine Luke. Okay, ich bin sehr gespannt, wo es hier hingeht. Geht es hier in eine Höhle? Höhle. Tatsächlich. Okay, unser Noob-Flugzeug sieht zwar noch nicht ganz so gut aus. Diamanten. Oh, schnappst du dir alle, Katja? Schnappst du mir alle. Fünf Stück brauchen wir insgesamt. Oh, hier sind auch welche. Die nehme ich mir alle. Die nehme ich mir alle. Sehr gut. Dankeschön. Den Diamant habe ich. Ja, bitte. Dankeschön. Oh, damit können wir uns direkt schon das nächste Flugzeug holen. Let's go. Okay, wieder ab nach oben insgesamt. Hier sind so viele Diamanten überall. Das ist sehr gut. Okay, denkst du, die Höhle upgradet sich mit insgesamt? Könnte sein. Oh, das ist nice. Okay, das ist unser Noob-Flugzeug. Das wird jetzt hier beim Händler geupgradet. Hallöchen. Ich hätte gerne hier das kleine Flugzeug für fünf Diamanten. Bitte kaufen. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt aussieht. Das ist unser Flugzeug. Das ist hier das kleine Flugzeug. Das sieht ja cool aus. Oh, schau mal. Mit einem Propeller hier. Oh, das sieht richtig cool aus. Wir können hier sogar schon reingehen. Wir haben eine kleine Kiste, wo nichts drin ist. Was ist das denn hier? Gepäckfahrzeuge. Das sind Diamanten. Sehr gut. Wie flachst du? Da kommen endlich viele. Schau mal. Die droppen hier die ganze Zeit. Oh, das ist nice. Und hier sind auch noch welche. Und hier haben wir auch wieder die Höhle. Oh, wie cool. Dadurch, dass wir das Flugzeug geupgradet haben, droppen wir jetzt oben einfach Diamanten. Zusätzlich haben wir hier wieder die Höhle. Okay. Diamanten werden hier natürlich abgebaut insgesamt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Diamanten wir für das nächste Flugzeug benötigen. Und die Flugzeuge werden immer cooler und cooler. Du kannst sehr gerne mal nachschauen, Katja. Das nächste Upgrade kostet 30. Oh, 30? Ich habe schon 23. Das ist sehr gut. Ich kann mir gleich das nächste Flugzeug-Upgrade holen. Und ich bin sehr gespannt, wie das tatsächlich dann aussieht. Dankeschön. Jetzt haben wir 42 sogar. Sehr gut. Und ab zum Händler. Nächste Flugzeug, bitteschön. Und das wäre hier das mittlere Flugzeug. Okay, das hole ich mir für 30 Diamanten. Dankeschön. Wow, was ist das denn hier? Schau dir das hier mal an. Hier vorne ist das Cockpit insgesamt. Ja, für den Piloten. Oha. Das sieht ja nice aus. Hallo. Und hier haben wir so viele Sitzmöglichkeiten. Das ist nice. Was haben wir denn hier hinten noch? Ein kleines Lager. Bitte einmal in den Urlaub, danke. Das ist ja so cool. Wir haben sogar eine Toilette an Bord. Das ist nice. Hier hinten kommt man auch raus. Die solchen hier. Wo bist du denn? Ah, hier geht es in die Höhle rein. Ja, na ja. Was ist das denn? Direkt an dem Flugzeug. Okay, ich gucke mal ganz kurz, wie viel das nächste Flugzeug kostet insgesamt. 48 Diamanten habe ich. Und das Brow-Flugzeug würde 64 kosten. Okay, wir brauchen nicht mehr viele Diamanten. Ich komme mal zu dir nach unten insgesamt. Wir brauchen jetzt ganz genau einen Steak Dias insgesamt. Also ich habe schon 24. Oh, sehr gut. Du hast 24? Das heißt, wir hätten schon genug, glaube ich. Moment mal. Echt? Ich lasse. Willst du die mal kurz geben? Ich habe 50. Wo bist du? Ah, da bist du. Oh, bitte. Diamanten, bitte schön. Und damit können wir uns das Brow-Flugzeug holen. Ich bin sehr doll gespannt, wie das aussieht. Ich sammle hier noch mal ein paar mehr Diamanten ein insgesamt. Moment mal. Haben wir noch welche? Da oben wären noch welche. Ja, die nehme ich noch mit. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal mehr als genug. Oben beim Gepäckfahrzeug kann ich natürlich auch noch die Diamanten mitnehmen. Wo ist denn der jetzt hingeblumst? Da ist er. Habe ihn. Okay, ab nach oben. Und das Aufsammeln. Damit habe ich fast zwei Stacks. Das ist sehr gut. Da kann ich mir jetzt hier das Brow-Flugzeug holen. Das kostet, ja, 64. Und das nächste, nämlich das OP-Flugzeug, würde schon 128 Diamantblöcke kosten. Okay, ich gebe dir mal die, die ich nicht brauche. Bitteschön. Und dann hole ich mir hier das Brow-Flugzeug. Oh, was hat sich verändert? Wir haben zwei Gepäckbänder. Ja, wir kriegen noch mehr Diamanten. Wir sind ja insgesamt, was ist da los? Ja mal. Dankeschön. Oh, wir kriegen noch viele. Ich glaube, daraus müssen wir jetzt Diamantblöcke machen. Das stimmt. Moment mal, wir benötigen, glaube ich, ein Stack Diamantblöcke für das nächste Flugzeug. Äh, warte. Ja, nee, ein bisschen mehr. 128? 128? Oh nein. Das sind ja super, super, super doll viele. Oh mein Gott, endlich. Was ist da los? Weißt du was? Wir brauchen zweimal 128. Zweimal? Oh, für das letzte Finale-Upgrade. Ja, naja. Also, da brauchen wir noch mehr dann. Was ist da los? Wir müssen zweimal das jetzige Flugzeug kaufen. Sagen wir es mal so. Ja, fürs nächste. Stimmt. Um das zu kaufen, brauchen wir erstmal 128. Dann müssen wir das nochmal kaufen, um das hier nochmal auszugeben. Oh nein. Okay, ich kann dir schon mal sagen, dass ich sieben Blöcke habe. Ja, ich habe einen. Was ist da los? Okay, die werden nochmal umgecraftet. Wir müssen jetzt sehr viele Diamanten sparen. Natürlich können wir unten in der Höhle auch wieder einige abbauen. Und dann können wir uns das vorletzte Upgrade holen. Bin sehr doll gespannt, wie das Flugzeug aussieht. Ich habe zwölf und deine zwei kamen nochmal mit dazu. Was ist da los? Okay, hier oben droppen wir immer mal wieder Diamanten. Ich gehe mal wieder unten in die Höhle insgesamt. Und ja, die sammle ich noch auf. Wir haben jetzt so viele Diamanten. Ich habe eins, zwei, drei, vier Stacks und 14 und nochmal 22. Ja. Ja, ich crafte die nochmal um. Oh, Dankeschön. Machen wir auch die ganze Zeit noch welche. Dankeschön. Sehr gut. Okay. Damit können wir uns jetzt zum einen das nächste Flugzeug grundsätzlich holen. Beziehungsweise das sollten wir uns zweimal holen. Einmal hole ich es mir, dann haben wir das Upgrade. Und einmal hole ich es mir noch für das nächste Upgrade. Und Dankeschön. Sehr gut. Und ich drehe mich um. Oh, goldes Flugzeug haben wir. Oh, das sieht schön aus. Droppen wir hier noch mehr Diamanten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Dropps? Oh, hier droppen glaube ich tatsächlich mehr. Schau mal. Auf beiden Seiten kriegen wir zwei jeweils. Die können wir alle aufsammeln. Und Dankeschön. Ich habe auf jeden Fall schon das nächste Flugzeug für das letzte Finale Upgrade. Und das Flugzeug hier in Gold sieht ja so, so nice aus. Alles ist hier vergoldet. Hallo Gata. Oh, wie cool das aussieht. Das gefällt mir so, so doll gut. Und ich bin richtig, richtig doll gespannt, wie jetzt das letzte Finale der Flugzeug aussehen wird. Okay, ich habe auf jeden Fall 17 Diamant Blöcke. Ich glaube, wir brauchen einen Stack plus das Flugzeug, das wir schon haben. Okay, da crafte ich hier auf jeden Fall einiges schon mal um. Damit habe ich 25 Blöcke. Sehr gut. Und ich habe noch einen Stack und noch ein paar mehr hier insgesamt. Und die umcraften. Ich habe 31. Wir haben hier schon mal die Hälfte. Da liegt schon ein bisschen was. Dankeschön, Gata. Warte, warte, warte. Meine letzten crafte ich noch um. Die habe ich noch. Und der letzte Block habe ich auch. 35. Bloß... Ja, es sind 5 oder so. Oh. Wir haben mehr als genug, glaube ich. Und damit kann ich mir hier das Ultra Flugzeug holen. Und bitte kaufen. Und ich habe das OP-Flugzeug abgecratet. Schau mal. Eben, Diamant. Oh, das ist ein Hebel. Leg dir den Hebel um. Oh, Diamantbrunnen für uns. Wie cool ist das denn? Oh, guck mal, die geht immer zu mir. Also zu mir. Oh, Gata, weg da. Das kann nur einen geben im Diamantbrunnen. Ja, ist okay. Okay, du darfst... Ah, du hast eine Spitzacke. Okay. Weg mit dir. Wir haben ein komplettes diamantenes Flugzeug. Wie cool das aussieht. Reicht mir. Hier troppen auf den Wegelchen auch wieder die Diamanten. Dankeschön. Die nehme ich alle mit. Das sind deine. Das ist ja wirklich so, so cool. Wir haben unsere Flugzeuge richtig, richtig cool geupgradet. Und jetzt haben wir hier das allerneu beste Ultra Flugzeug aus Diamant mit dem Diamantbrunnen hier nebendran. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr doll gut. Wow. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017